Der Hauptsitz von Eurowings Discover. Ein besonderer Tag für Kelly. Die 25-Jährige darf wieder fliegen. Wunderbar? Wunderbar. Passt. Kelly ist Pilotin. Das Fliegen hat sie bei Germanwings gelernt. Doch die Airline hat dichtgemacht. Zwei Jahre war sie nicht mehr im Cockpit. Ich freue mich auf den ersten Flug. Ein bisschen aufgeregt, aber in eine gute Weise. Das war schon eine Weile her, dass ich meinen letzten Flug hatte. Ich freue mich, da wieder reinzukommen. Vor allem so eine schöne, lange Strecke mit zwei nette Kollegen. Kellys Trainer sind die Kapitäne. Gehen wir frühstücken? Ja. Kelly kommt aus Belgien. Für ihren neuen Job ist sie extra nach Frankfurt gezogen. Heute der Erstflug nach Teneriffa. Vier Flugbegleiter, drei Piloten. Ab nach Teneriffa. Gut. Gehen wir zum Flieger. Gehen wir los. Ausbilder Thomas Uhl und Co-Pilotin Kelly sind bereit für den Erstflug nach Teneriffa. Letzter Außencheck vor dem Start. Der Airbus A320 ist Kelly vertraut. Ja, sie ist sehr gut vorbereitet für Kelly. Ich habe 100 Mal durchlaufen während meiner Ausbildung. Kelly war mit ihren Eltern viel im Ausland. Reisen gehört zu ihrem Leben. Auch heute noch. Das hört sich vielleicht ein bisschen stereotypisch an, aber Fliegen ist so viel Freiheit. Mir hat es immer gefallen, so keinen neun bis fünf Job zu haben. Einfach jetzt zu reisen. Das war mein Traumjob halt, zurückzureisen. Und ja, ich kann mich nicht vorstellen, dass ich irgendwas anderes machen würde jetzt. Der Flieger ist neu in der Flotte. Die Passagiere kommen. Und jetzt geht es los. Drei Piloten und die Frage, wer begrüßt die Passagiere? Fangst du noch los? Fangst du an. Ich übernehme als Zweiter. Was sagst du? Also pass auf, du machst die Begrüßung. Ich sage dann als Zweiter, dass ich der sozusagen, ich bin der Wettermann, ich versorge sie mit allen Wetterinformationen. Und dann gebe ich es weiter an die Kelly. Und wenn es irgendwas Schönes zu sehen gibt, dann wird die Kelly sie darauf hinweisen. Okay, jeder hat 30 Sekunden. Liebe Gäste, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kinder, herzlich willkommen an Bord. Liebe Fluggäste, nochmals einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Dear Guests, my name is Kelly Descamps. I'm your first officer. It's my pleasure to inform you about any slides that are beautiful to see. I'm your first officer. Endlich, nach 20 Minuten warten, geht's los. Der Schlepper drückt den Airbus auf den Rollweg. 261, Agent 1 start. Kelly darf den A320 noch nicht steuern. Auf zwei Flügen muss sie als Beobachterin im Cockpit sitzen. Anschließend beginnen ihre Trainingsflüge. Nach einem Monat etwa darf sie dann regulär als Co-Pilotin rechts im Cockpit sitzen. So sind die Regeln der Airline für Piloten, die eine längere Pause hatten. So sind die Regeln der Flugzeuge. Ready for rolling? Ja. Take off. Noch 3200 Kilometer bis Teneriffa. Berechnete Flugzeit 4 Stunden 30 Minuten. Co-Pilotin Kelly unterstützt beim Navigieren, Funken, Instrumente checken. Sie soll die Abläufe im Cockpit nachvollziehen. Die Piloten testen sie. Kelly beginnt morgen mit ihren Trainingsflügen. Mit ihren Eltern ist sie viel geflogen. Eine Reise bleibt unvergessen. Das war mit Weihnachten. Der Kapitän hat uns reingelassen. Und der hat gesagt, schau mal, wir haben da auch keinen Weihnachtsbaum. Und der hat alle Leuchte ausgemacht. Und dann wie vorher keine Leuchte angemacht. Und das hat ausgesehen wie ein Weihnachtsbaum mit so Kersten drauf. Und das war der erste Moment, wo ich wirklich so erstaunt war. Zurück. Der ist genau 3 Kilometer. Jetzt weg ist er. Wir werden in 20 Minuten in Teneriffa landen. Teneriffa hat zwei Flughäfen. Sie landen im Süden. 100. 50. 40. 30. 20. Retard. Retard. Fast pünktlich erreichen sie die Insel. Die Crew muss den Rückflug vorbereiten. Kelly übernimmt wieder die Außenkontrolle der Maschine. Kelly freut sich auf ihre Trainingsflüge, die morgen beginnen, mit Kapitän Thomas Uhl. Den Atlantik wird sie dann öfter sehen. Für ein paar Minuten.